Hallo zusammen und einen schönen guten Morgen. Der Paketbote war da. Ich habe bei Frank Steinbrecher noch eins ergattern können. Jetzt geht's ans auspacken. Das Yamaha SHS 500 B bietet für einen unglaublich günstigen Preis 37 anschlagsdynamische Minitasten, 30 eigene Sounds. Die Controller, die Drehregler können mit eigenen Funktionen belegt werden. Transpose Schalter ist da, Bluetooth, MIDI, DSP-Effekte, Master EQ, Audio Interface, USB to Host, ein AUX-In-Eingang, Line-Out, Kopfhöreranschluss, Batteriebetrieb ist möglich und das Ganze mit Netzteil. Das Netzteil, der Umhängegurt, Midi-Stecker, Midi-Adapter, die Bedienungsanleitung und das Keyboard. Und was damit möglich ist, das zeige ich euch im nächsten Video.